Hi meine lieben Gitarrenfans und Faninnen, hier ist euer Maestro Ernesto von www.gitarrenlinks.de mit nochmal einem kleinen Software-Tipp zwischendurch und zwar ist das das Programm Accordmann oder Accordmanager, ein sehr praktisches Tool für eine Accordbibliothek, also da gibt es eine riesige Übersicht über Griffe und man kann sie selber auch editieren, das ist das Coole dabei, das zeige ich euch gleich. Ihr findet das Programm auf der tollen Internetdomain lolly.de www.lolly.de von Olli und sehr witziger Typ, hat auch einige lustige Kommentare unten geschrieben, da sollte man sich mal alles ein bisschen durchlesen. Das Programm einfach downloaden hier auf dem Download-Klick, dann wird das so ein SIP-Programm, was ihr auf euren Rechner speichern könnt und das könnt ihr dann öfter entpacken in einem Ordner und dann habt ihr es auf eurem Rechner. Wunderbar, ich zeige euch das mal, was ich jetzt hier gemacht habe im Prinzip. Ich habe es jetzt hier in einem Ordner reingepackt, hier oben seht ihr die Dateien, das ist das eigentliche Programm und dann hier habt ihr die Bibliothek, also die Übersicht über die Griffe, da könnt ihr auch dann eben verschiedene neue Griffe abspeichern, ganz interessant. Oder kann man sagen, das ist ein Accordman-ini, hier ist irgendwo da drin. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier starte? Dann gehen wir nochmal hier hin, hier kann man so ein bisschen mal reinschauen, ein bisschen reinschnuppern. Ihr habt dann links hier so eine Übersicht über die Grifftabelle an sich, die ihr dann auch die einzelnen Griffe anwählen könnt, mit dem Grundton C, Cs, beziehungsweise Des, D und so weiter. Hier sind die Grundtöne, hier sind die Akkordtypen, leeres Feld heißt es, das sind die Dur-Akkorde, M, dann werden gleich die Moll-Akkorde gezeigt, und so weiter, siebener Akkorde, und so weiter. Hier sind diese Begriffbezeichnungen, lässt sich wieder bei meinem Rechner irgendwie nicht so richtig in die Größe hier breite bringen, die Akkordbezeichnung, aber bei eurem Rechner wird es wahrscheinlich etwas besser aussehen. Bis halt hier zu ziemlich exotischen Klamotten, Jazz-Griffe, 7, B5 und so weiter, steckt einiges unter der Haube. Jetzt gucken wir eben mal hier das eigentliche Akkordfeld uns ein bisschen an. Hier seht ihr also den Griff, über sich dieses Griffbild, das werdet ihr wahrscheinlich kennen, wenn ihr jetzt mal beim Kurs dabei seid, oder das kennt man ja meistens schon, diese schräg gelegte Gitarrengriffbrett, wo hier oben wäre dann sozusagen der Gitarrenkopf mit den Mechaniken, hier ist der Sattel, also der Übergang von den Seiten zu den Mechaniken, hier haben wir den ersten Bund, zweiten Bund, dritten Bund und so weiter, und hier auf die waagerechten Linien sind die Gitarrenseiten, die hohe E-Seite, H-Seite und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich aber schon. Und wenn ihr jetzt hier also hinter dem ersten Bund eine Griffposition habt, dann müsst ihr eben hier bei diesem Akkord hier greifen, und zwar hier mit dem ersten Finger, mit dem Zeigefinger. Zweiter Finger steht für Mittelfinger, dritter Finger, äh, drei steht für Ringfinger. Sie können also herausfinden, dass euer erster Finger auf die H-Seite, hinter dem ersten Bund platziert werden soll. Euer zweiter Finger, nahe wo soll er hinkommen, richtig auf die D-Seite, hinter dem zweiten Bund und so weiter. Dritten Finger, leere Seiten werden mit Null dargestellt. Wenn ein Ton nicht mitgespielt werden soll, wird es ein X. Hier sehe ich schon gleich nicht so ganz optimal, den C-Dur mit leerer E-Seite unten zu greifen. Dann gehen wir gleich mal ein bisschen in die Editierfunktion. Ich klicke dann einfach auf eine Seite unten mit der rechten Maustaste, und dann kann man zum Beispiel jetzt diese leere Seite ändern, dass gedämpft wird, dass diese Seite nicht mitgespielt wird. Das ist nämlich eigentlich beim C-Dur eine bessere Geschichte. Und wenn man diesen Griff jetzt verändert hat, kann man den auch über Speichern, Abspeichern, und schwuppdiwupp ist er jetzt hier nochmal als Variation unten gespeichert. Hier oben ist er ja original, und unten ist jetzt, also hier seht ihr, wie das Programm ihn abgespeichert hat mit leerer E-Seite. Hier unten ist jetzt hier meine neue Version, wo die leere E-Seite gekillt ist. Was besser ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und deswegen lösche ich oben den Griff auch mal, mal wieder mit rechter Maustaste drauf, oder einfach löschen, auf meinem Rechner drücken, dem markieren, zack, soll der Griff entfernt werden. Und jetzt haben wir den neuen Griff hier unten. Jetzt sortieren wir das noch. Das kann man nämlich auch machen. Rechter Maustaste alles sortieren. Jetzt sind wir nämlich hier unten. Diese Bezeichnung hier bedeutet eben auch, in welcher Lage ich diesen Griff greife. Eins bedeutet in der ersten Lage, und erste Lage, da ist der Zeigefinger am ersten Bund. Daran erkennt man die. Es gibt also diesen C-Dur auch in Variation, zum Beispiel in der dritten Lage. Da ist der erste Finger am dritten Bund. Und hier seht ihr, gleich machen wir Barré. Dieser Balken mit dem Eins bedeutet, dass man mit dem ersten Finger über alle drei Seiten, hier am dritten Bund, steht unten auch so nochmal drunter, greifen soll, und im Prinzip alle fünf Seiten erwischen soll. Das hat natürlich bei dem Griff noch den Vorteil, dass man eigentlich nur die tiefe A-Seite in erster Linie zu klingen bringen muss, und die hohe E-Seite am dritten Bund. Die anderen drei Seiten sind von diesen drei Fingern ja abgedeckt. Das ist also dann noch eine gewisse Erleichterung, wie man jetzt Barré wirklich super locker greift. Das lernt natürlich auch besonders gut in meinen Kursen. Bla bla bla, ein bisschen Werbung zwischendurch muss ja sein. Weil Barré, das ist eigentlich immer so der Punkt, wo viele Leute dran scheitern oder sagen, oh, Gitarre ist viel zu schwer für mich. Es kommt da wirklich auf den Weg an, wie man da hingeführt wird, und eben, dass man die Kraft vorher aufbaut. Und Barré-Akkorde haben sehr viel mit Geschicklichkeit zu tun, mit ein paar kleinen Tricks, wie man den Zeigefinger auflegt, wie man bestimmte Kräfte in dem Arm noch benutzen kann, um den Zeigefinger zu entlasten. Und dann ist Barré zu packen. Es braucht natürlich für so einen Griff, braucht es schon eine gewisse Zeit, bis man ihn kann. Aber das geht natürlich über einfachere, leichtere Barré-Griffe und eben, wie gesagt, ein paar sehr spezielle Tricks, die die Finger dahin führen, gehen diese Griffe näher auch leichter. Was kann das Programm noch so, außer hier alle möglichen Variationen von dem Akkord darstellen, wieder in der dritten Lage noch eine, wo er auf das Barré verzichtet ist, sehr praktisch natürlich. Auch hier muss man natürlich allerdings dann die A und die tiefe E-Sitte rauslassen, darf man nicht anschlagen, die sollen nicht klingen, deswegen die Xe. Da ist eine C-Dur-Variante in der dritten Lage, erster Finger am dritten Bund, die nur die oberen vier Seiten benutzt. Gucken wir uns den mal in der fünften Lage an. Ja, auch eine schöne Idee, am fünften Bund hier Barré, da haben wir nämlich die entscheidenden Töne von C-Dur und oben noch ein hohes C. Jetzt zeige ich euch gleich noch eine tolle Funktion unter Ansicht, findet ihr nämlich bei Diagramm auch, dass man sich noch die Töne anzeigen lassen kann von dem Griff. Man kann sich Intervalle anzeigen, das ist eine andere Geschichte, aber die Töne, das zeige ich euch mal. Jetzt erscheinen nämlich hier rechts die Notenamen der Griffe, also der Töne, die er da greift, die einzelnen Töne. Ihr seht eben bei diesem C-Dur-Variante, am fünften Bund Barré, erster Finger, fünfter Bund, fünfte Lage, da haben wir hier den Ton G am Klingen, auf der G-Seite am fünften Bund den Ton C, auf der E-Seite am fünften Bund den Ton E und diese drei Töne, C, E, G, die bilden den C-Dur-Dreiklang. Wie das harmonisch zusammenhängt, erkläre ich auch in den Kursen, nochmal ein bisschen Werbung. Aber wie gesagt, hier könnt ihr auch wunderbar eben diese Akkordnamen sehen, große Klasse, nicht die ganz tolle Geschichte bei diesem Programm. Oder ihr könnt immer umschalten, da müssen wir schon ein bisschen in die Harmonie reingestiegen sein und wissen, das Intervall, also 1 bedeutet, ist der Grundton des Akkordes, 3 ist der sogenannte Terzton, der dritte Ton, der Dur-Tonleiter kann man auch ganz salopp sagen, der ein Teil von dem C-Dur-Dreiklang ist und der fünfte Ton, der C-Dur-Tonleiter, der auch ein sehr wichtiger Teil ist, des C-Dur-Dreiklangs, die 1, 3 und 5 sind bilden, eigentlich diesen C-Dur-Dreiklang. Das kann man sich eben auch anzeigen lassen, auch die Intervalle, ist sehr interessant nachher für die Improvisation auch. Da hatten wir ja letztens auch bei so einem Programm, hatte ich euch ja ein bisschen was schon verraten, was da eigentlich sehr praktisch ist, wenn ihr die Akkordtöne im Einzelnen kennt, auch die Funktionen des Intervalls im Akkord und so weiter. Aber eben wie gesagt, erst mal auch um die Töne zu erkennen, finde ich sehr praktisch, die Funktion Notnahmen anzeigen. Das könnt ihr natürlich mit jedem Griff machen. Ihr seht da auch bei der C-Dur-Variante hier unten, auch eine sehr interessante Variation. Meine war jetzt die hier. Genau, jetzt haben wir die hier. Der ist zum Beispiel das tiefe G im Bass. Bei dem C-Dur-Griff klingt sehr voll. Benutzt Bob Dylan auch, glaube ich, häufig diese Variante Joan Bass und so Leute, die Singer-Songwriter. Dann klingt der Akkord sehr voll. Man kann über alle sechs Seiten schlagen, wenn man will, also Schlaggitarre spielen. Und hat ein tiefes, fettes G da unten liegen. Klingt sehr schön und rund. Im Gegensatz zu der mehr bekannten Version vom C-Dur-Griff. Den wir hier haben. Was haben wir noch? Im achten bunten C-Dur-Griff und so weiter. Könnt ihr ja selber ein bisschen mal gucken im Programm. Dann, wenn wir jetzt hier klicken, kriegen wir die ganzen Moll, C-Moll-Griff-Variationen. Zum Beispiel in der dritten Lage. Hier so einer, die auf Barret verzichtet. Hier habt ihr einen kleinen Fehler im Programm. Dieser Ton wird hier als Dis aufgeschrieben. Korrekterweise sollte man den als S-E-S aufschreiben. Aber das sind Kleinigkeiten. Da muss man jetzt nicht drum meckern. Ansonsten ist es sehr schön praktisch hier zu sehen und so weiter. Ein bisschen natürlich... Wo haben wir unseren A-Dur-Griff? Da muss ich euch ein bisschen was zeigen. Das ist ein bisschen blöd bei dem Programm hier. Wenn ihr diese Ansichtsfunktion habt, dass ihr dieses Griffkästchen seht, dann wird der A-Dur so gezeigt, dass er quasi gezeigt wird, an welchem Bund gegriffen wird. Also der, wie es beim A-Dur, aber in der normalen Variante ist, nämlich im ersten Bund wird nicht gegriffen. Da werden nur ab dem zweiten Bund Töne gegriffen. Und das steht jetzt hier drunter zur Orientierung. Das ist ja ganz hübsch. Nur so in dieser Optik kennt man den A-Dur eigentlich weniger. Also dass man quasi so... Auf dem ersten Blick sieht es ja aus, als wenn diese drei Finger hinter dem ersten Bund stehen. Nur durch diese Bezeichnungen unten wird das klar, dass die am zweiten Bund liegen. Da gibt es aber dann auch eine Funktion im Programm, die ich sehr gut finde, wenn man einfach die Ansicht umstellt von Akkordgriff auf Griffbrett. Und ihr seht schon, ist was passiert hier. Vielleicht fahre ich da mal ein bisschen hier mal entlang. Was ihr nämlich jetzt habt, jetzt wird das ganze Griffbrett dargestellt. Also ungefähr bis zum zwölften Bund, glaube ich. Und jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist der A-Dur eigentlich so dargestellt, wie ihr das so kennt. Nämlich schön mit dem ersten Bund hier frei. Würde ich also eigentlich immer bevorzugen, wenn ihr euch die Griffe anzeigen lasst, dass ihr hier ansichtbar auf die Griffbrettfunktion geht. Dann ist es so ein bisschen bei so Griffen, wo nicht am ersten Bund gegriffen wird, ist es ein bisschen eindeutiger. Und das dargestellt, zum Beispiel der D-Dur wird ja, hoppala, ne, welche Variante haben wir? Da, diese Variante, ja, mit dem Fingersatz kann man sich auch noch ein bisschen streiten. Da zeige ich euch gleich auch noch ein paar Sachen. Hier wird der D-Dur so vom Griffbild her dargestellt, wie man ihn kennt. Wenn ich jetzt umgehe auf die Akkordgriffvariante, seht ihr schon, dann geht es umgehe auf die Akkordgriffe, dann geht es umgehe auf die Augen, die sich auch noch ein bisschen und dann geht es umgehe auf die Akkordaarков-Dur. Und dann geht es umgehe auf die Akkordaarien. Vielen Dank.